Ich bin der Ram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Master Yi im Jungle. Ja, des Weiteren in meinem Team ein Echo auf der Top-Lane, Fizz auf der Mid-Lane, Jhin als ADC und Brandt als Support. Oh, schnell Worten gehen, bevor ich es vergesse. Im Gegner-Team haben wir nämlich eine Elise im Jungle, Udia auf der Top-Lane, Azir auf der Mid-Lane, der macht mir die meisten Sorgen. Eine Tristana als ADC und Blitzcrank als Support. Und deswegen sage ich auch, aufpassen wegen Invade. Macht ein Blitzcrank ja ganz gerne mal. Ja, und dann wollen wir den Aufstieg mal wieder wagen, jedenfalls in die Richtung gehen. Ich war in der Promo zu Gold 4 wieder, bin jetzt ein bisschen abgefallen. Die Promo leider auch verloren. Ja, aber ich will natürlich noch weiter. Deswegen auch wieder Try-Heart-Monster Yi. Jawohl, Elise beginnt Blue. So. Noch mal. Ja. Ja. Bläi. Bronze-Trap, wie es aussah. Und man fällt immer wieder drauf rein. Kennen wir ja leider alle. Oh, ich warte noch ein bisschen. Doch, da ist der Udia. Jawohl. Und Echo holt direkt den Udia. So, mein Early war jetzt auch nicht das Beste. Muss man ja leider gestehen. Und somit gehe ich jetzt erstmal die Krabbe machen. Oder auch nicht. Mal gucken, was da geht. Okay, beide flashen. Stirbt er, stirbt er, stirbt er. Oh komm, Junge. Ja. 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 Wie gesagt, mein Early ist ein bisschen verkackt. Aber dann machen wir jetzt den Red Buff. Oh, was ist denn da mit der Bot-Line los? Oh, weia. Oh, weia, oh, wei. Oh. Was ist das? Ich schaue euch bloß nicht ab, wie ich hier gerade jungle. So, ich gehe hier erstmal den Pink zerstören. So, und raus. Da war auch gerade die Elise. So, scheint der Blitz anscheinend die Grabs gut zu treffen. Oh, Echo böse in Gefahr. Gehen wir hier unten erstmal die Krabbe machen. Ja gut, bei dreien. Das war echt zu viel. So, nach dem Grompier gehe ich aber auch erstmal back. Oh, und nicht mal dafür mehr Mana. So, jetzt aber. Und einen Pink. Kann ja nie schaden. Den bringe ich gleich dem Echo vorbei. Die Stimme eines Fremden fällt in meinen Geist wieder. Mal gucken, ob hier jetzt ein Pink steht. Ne, ein Pink nicht. Ne, nothing. Oh, da war die Krabbe. So, und noch ein Pink für Echo. Ah, da bekommt... Ah, da kommt er. Ah, okay. Wollte nicht kämpfen. Mal sehen, der Blumen müsste da sein. Ja, da ist er. So. Oh, ne. Und doch gleich wieder drei, ja top. Jawohl. Haben wir. Hat haben wir doch gut hingekriegt. Rom, ja ganz gut, die Gegner. Gut, Tristana mittlerweile Berserker. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Ich denke mal verständlicherweise. Mal schnell hochheilen. Ah, ist komisch. Gegen den Illis Jungle habe ich eigentlich nie Probleme. Isoliere die Radicalen. So. Na? Ja, ist ja weggegangen. Machen wir erst mal die Krabbe weg. Gut. Dann haben wir easy gecatcht. Sollte der Fiss nicht herkommen, nehme ich den Blue noch, kriege ich da den nächsten. So, ich werde noch ein bisschen weiter junglen. Aber Lee ist schon wieder top. Die mögen den Echo wirklich nicht. Hau ab Echo. Ah. Gut. Gut. Das war jetzt nicht so schön gespielt. Und reingepusht. So, außer die Bot-Lane, alles okay. So, Fiss geht Bot. Eine Million mal gepinkt. Jetzt sollten sie es mitgekriegt haben. So, und ich bewege mich auch runter. Beziehungsweise erst mal Mid-Lane. Jawoll. Schön gemacht. Läuft eigentlich überall. So, da ist der Arsia. Oh. 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 Kommt die mir echt weg? Yep. Und ich pushe hier trotzdem ein bisschen weiter. So. Und back. So, die Krabbe. Wo ist er? Da ist er. Jawohl, der Fiss geht ab. So, Red Buff für mich. Und jetzt führen wir auch insgesamt 8-7. Oh, da unten geht's richtig scharf. Jawohl, terminiert. Aber da kommen Echo und Fiss. Geh ich mal die Mitte weiter pushen. Und den Tower einreißen. Ja, so ein Blitz ist schon eine eklige Sache. Sinn, aber wenn das weiter geht, kriege ich den nächsten Tower vielleicht auch noch. Zwei Tower gekriegt. So. Hä. Hä. Zweitmal ist ein Farm in-game Und das als Jungler So, jetzt gehen wir nochmal ein Rake machen Beziehungsweise vielleicht auch erstmal die Bottle Ne Loi, was willst du denn hier Mädel? Hallo Hallo Ist doch tatsächlich noch so ein Arsier So, und jetzt gehen wir ein Rake machen Smalten wir selbstverständlich auch So, und das sieht natürlich schon sehr, sehr gut aus Läuft alles gut mit dem Farm und so weiter und so fort Ist ein bisschen traurig für die Gegner Aber wer kennt solche Spiele nicht Da ist die Elise Erstmal geworden Und die Krabbe gemacht Oh, Mitte geht's aber jetzt voll scharf Ja Ja, Leute Da könnt ihr wirklich surrendern, denke ich Jawohl Und wenn euch das Game gefallen haben sollte Auch wenn's ein bisschen easy war für ein Ranked Daumen hoch, bitte nicht vergessen In diesem Sinne Bis bald Euer Aram Das ist mir le курser Ja, ich find das Ich noch cage Ja, ich weiß Vielen Dank.